Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Quick-Tipp hier bei Little Confused Brain. Es geht um die YouTube-Startseite, die sich jetzt ja bei allen geändert hat und die mehr oder weniger einfach nur abgrundtief blöd und unübersichtlich ist, um erst gar nicht hiervon anzufangen. Ja, falls ihr die alte YouTube-Seite so wie ich und viele andere auch sehr viel besser fandet, habe ich hier einen ganz kleinen Tipp für euch. Wenn ihr diese Website hier gar nicht mehr sehen wollt, also die Website schon, aber nicht dieses Design, gebt einfach hinter youtube.com slash home ein, drückt Enter und tataratatatata habt ihr die ganz alte YouTube-Seite. Zumindest das alte Design. Ihr seht das ja hier selbst, ihr könnt hier auf alle Aktivitäten, Abos klicken etc. etc. Nur wenn ihr jetzt wieder hier auf YouTube klicken würdet, kommt ihr zur normalen Seite. Warum das alles so ist, also warum mit Home das hier hinter trotzdem alles noch so aussieht, könnte sein, dass es ein ganz einfacher HTML-Fehler ist oder noch ein Server-Fehler, FTP-Fehler, was weiß ich nicht alles. Also der Grund ist nicht ganz genau bekannt, aber nutzt diese URL dann einfach mal, falls ihr das Design hier haben wollt und nutzt es, solange es noch da ist. Und das war eigentlich das kurze Video, was ich überhaupt zum Design bringen wollte, denn es gibt viele andere Videos, die das Design anprangern, da brauche ich nicht noch eins zu machen. Aber das hier als kleiner Quick-Tipp, einfach slash home dahinter eingeben und schon habt ihr wieder dieses Design. Gut, wir sehen uns beim nächsten Video, wahrscheinlich beim nächsten Let's Play und bis dann Freunde, ciao, ciao, euer Brain.